Hi dir Hallöchen liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monstrum Nox. Ich möchte nicht zu viel von der letzten Folge sagen an der Stelle. Wir haben einiges erfahren, wenn ihr Details haben wollt schaut euch die letzte Folge an. Wir haben einiges erfahren rund um Shuttle Art und um uns, um die Monstrums und auch um den anderen Adol. Der andere Adol stellt sich heraus, dass das der originale Adol ist. Also der, den wir im achten Teil gespielt haben, den wir in den letzten Teilen gespielt haben an der Stelle. Der ist keine Kopie von uns, im Gegenteil, wir sind eine Kopie von ihm. Also sprich der Crimson King, den wir die ganze Zeit gesteuert haben, ist eine Nachbildung, ein Homunculus entstanden aus dem DNA, wenn man so will, von dem Original. Jetzt treffen wir uns sozusagen in der Gedankenwelt von Adol und treffen ihn zum ersten Mal face to face. Ha, der andere spricht. Ha, 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 ha. Why keep doing it? Why do you still want to be an Adventurer? Do you even need to ask? Ich finde diese Konversation zwischen den beiden Adolts, finde ich interessant. Ich finde tatsächlich interessant, dass die doch sehr viel Voice-Acting von Adol da reingebastelt haben, wo ich eigentlich an der Stelle gedacht habe, ja, okay, das ist der Silent Protagonist. Das ist immer der Silent Protagonist. Abgesehen von dem bisschen, äh, look, there is a treasure! Was, was er ab und zu mal raushaut. Aber sonst? No, I suppose I don't. I know why you never change. Ha, ha, ha. If you don't light a fire, it'll never go out. If you don't make decisions, you'll never be hurt. But you'll never be deterred. You'll keep going until your last breath escapes you. In you. Hmm. Hmm. I thought so. I have a favor to ask. I wish I could go with you. But I'm afraid I'm running out of time. Still, I can't let it end here. The adventures are still waiting for us. So I ask you this. Take my power and my soul. Take them with you on your journeys. Adol, Kristen. Hm. Zwei Personen in Reim. Prinzipiell. Okay. Boah, Gänsehaut schon wieder. Ich habe schon letzte Folge so ein Gänsehaut gehabt und jetzt schon wieder, ey. Final Chapter Monstrum Nox. Ach du Schande, Alter. Ich glaube, ich bin nicht bereit für sowas. Ach du Schande. Hi Aprilis. Hi Aprilis mit einem richtigen Arm. Ich komme immer noch nicht klar, dass sie einen richtigen Arm hat. Ähm. Wir sind in Zolas Alchemy Lab, inside the prison. Es ist nicht komfortabel, aber es gab keinen Ort, wo wir die Prozedur machen können. Wie fühlst du dich? Du brauchst ein bisschen Zeit, um zu verarbeiten. Incidentally. Ich glaube, das ist die erste Mal, dass wir uns gesprochen haben, Adol, Kristen. Ja. Hast du recht. Ist tatsächlich so. Ja, ich glaube, es ist. Ja. Dann musst du dich bewusst sein, was dir zu dir passiert. Adol, der Red, ist sicherlich Perseptik. Aber egal sowas. Dr. Noah. Servus. The adventurer Adol, Kristen, and his homunculus, the Crimson King. Within you resides both of their souls. To be precise. You were originally one person. Now you've become one again. Do you feel the Crimson King's consciousness and the power you inherited? Packt den wir mit dem Crimson King gemacht haben. So that's what happened. A conversation between souls during the fusion. That is fascinating indeed. Dr. Noah is the assistant of the soul, but he has since joined our cause. Ah, ich habe mich schon gefragt, an der Stelle, auf welcher Seite sitzt der Typ überhaupt. Weil andererseits ist das, ist er der große Doktor und wir wissen nur von Jules, dass er ein Vater ist, aber sonst wissen wir von ihm eigentlich ziemlich gar nichts. Wir haben mich schon die ganze Zeit gefragt, was hat es eigentlich mit dem auf sich. Er war derjenige, der beide deiner Seelen in einem einzigen Körper verbringte. Entschuldigung, aber das war der einzige Weg, um den Crimson King's Leben zu retten. Nein, ich dachte, dass du dich mit mir wirst. Du bist ein sehr junger Mann. Er sieht, dass er sich gut gut adjustiert ist. Wir beginnen unsere Vorbereitungen? Ja, Dr. Noah ist richtig. Ich habe mich überraschend auf dir, nachdem ich alle gekommen sind. Und es scheint, dass das Zeitpunkt gekommen ist. Hm, wieder rote Haare. Ungewohnt. Technisch gesehen, ja. Tell them the Crimson King still lives on in you, and to treat you as they always have. I didn't think you could do something like that. Hm, at least I've got something to show for leaving home. Hm, can't wait to hear all about it. Long story short, you're the same adult we've always been friends with. Susie's house. Thank goodness. Yes, my worries have been assuaged. You didn't call us just for this welcome back party, did you? Before I get to it, there is something I need to tell you all first. I'm really excited, what we're from here just all this is. Zola, the one who created all of us homunculi. About time you told us who he is and how you two know each other. That man, no, the alchemist Zola is... He was a young noble who served Rosvita during the 100 years war. Oh damn. Anemona mit den Facts. Anemona? You've regained more memories? Yes. Some returned when I saw this room. Ich habe gerade eine Theorie. Meine Neuronen aktivieren sich gerade. Ich habe den Eindruck, dass Anemona Rosvita ist. Und... Also die Original Rosvita. Oder die Seele von der Original Rosvita. Und sie all das von damals noch weiß. Und sich aber irgendwie verschlossen hat an der Stelle in die Erinnerungen. Und Aprilis ist, so wie wir wissen, tatsächlich Homunculus. Und Homunculus von dieser Rosvita. Aber ich glaube, Anemona, das einzige Puzzle, was sich mir nicht zusammengesetzt hat an der Stelle. Ich habe gerade mir während der Zwischenpause zwischen den Folgen überlegt. Wie passt Anemona da rein? Klar, Adol ist jetzt zufällig halt da rein geraten in die ganze Situation. Die anderen sind alles Homunculus von den Helden. Aber wo passt Anemona da an der Stelle rein? Und ich habe tatsächlich den Eindruck, Anemona ist diese St. Rosvita. Aprilis ist und bleibt nach wie vor nur eine Kopie von ihr. Aber Anemona ist das Original. Oder zumindest das nachgebaute Original, wenn man so will. Krass. Richtig, den konnten wir nicht tausendprozentig einordnen. Wir haben gedacht, er nimmt halt die Rolle von Adol ein. Aber denkst du, das kann ja nicht Adol sein. Ist das der Typ, den du sprachst? Er ist jetzt nur ein Kind. Ja. Die 100 Jahre Krieg war auch eine Proxy-Krise zwischen den Gotten. Jetzt kommt das Ziel mal mit Luki und Grimnia oder wie? Ja. Glea hatte die Heilung von Grimnir. Gratai war gebeten von Luki. Aber die Flamme der Menschliche Krieg hat dann in die Welt gegründet. Die Gegenteil zwischen den beiden Seiten. Eine Krieg von ihren eigenen. Ultimately, Grimnir und Luki beide gebeten auf die andere Hand. Ist das die die Heilung der Gottes von der Norse Religion? Ja. Weil dieser Krieg, die die Gott gebeten von Grimnir haben, gebeten. Hm. Das ist schrecklich. Dann, was ist Grimwald Nox? Du sagst, die Gottes benutzen die Grimwald Nox, um die Gebeten zu verabschieden und verabschieden. Selbst ohne die Gottes, Grimwald Nox, die Grimwald Nox immer kreiert die Gebeten von menschlichen Emotionen. So, jetzt, es fällt auf die Menschen, um die Gebeten zu verabschieden die Gebeten von ihnen. Mhm. But after the hundred years war, many Glians were overcome with grief. The monsters manifested from them could no longer be contained by humans alone. What happened then? That is when Zola intervened. Okay. After I was executed, he resigned from the military and returned home. Also, sie referenziert sich tatsächlich selbst als Roswitha und als ich exekutiert wurde, hat er sich vom Militär zurückgezogen, Zola. Oh. 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 Er würde sich oft in seinem Labor isolieren, für Tage in einem Zeitpunkt, ohne Essen oder Rest. Das Ergebnis ihres Blut und Tränen war... Es war ich. Ich wurde von seinem Arbeit geboren. Das ist so eine schade Grund. Ja, das hätte ich nie gedacht. Zola hat dann aus der Isolation als Alchemist zurückgekehrt. Aber das macht so wenig Sinn. Das hat im Grunde mit der Story zu tun. Wo kommt die her? Was ist hier original? Wo kommen die Kräfte her? Wo kommt die Seele her? Oder ist es ein Abbild von der Roswitha oder was ist das hier? Alter, ich komme gerade nicht klar. Er hat einen Plan für die Glyon-Royal-Familie vorgelegt, die von Grimwald Nox überrascht wurden. Also das ist warum... Es sind nur Menschen mit exzeptionellen Kraft und Kraft, die von Grimwald Nox überrascht wurden. Das waren andere Svita und ihre Kameraden. So was hatte ich schon vermutet. Krass. Die Glyon-Royal-Familie, aus der Zeit und anderen Optionen, akzeptierten seine Begriffe. Wow, wirklich. Die waren so desperate damals, dass sie einfach gesagt haben, ja okay, wir stellen unsere Armee jetzt in einer Tube her und wenn wir sie dann brauchen, dann drücken wir sie raus und... Viel Spaß! Krass. Diese vier, ja. Und das waren die Kameraden, die sie referenziert hat. Ziemlich am Anfang. Krass. Krass. Alter. Natürlich, weil auch er irgendwann mal alt wird und dann sagt er sich, ja okay, dann erstelle ich einfach eine Kopie von Mia, transferiere die Seele von Mia einfach in den anderen rein und fertig. Und dann gab er seinen Warriors Gifts, die sie an dieser Land verabschieden. Oh shit. Warte, so weit verstehe ich das alles. Aber... Wieso hat Aprilis uns diese Fähigkeiten gegeben? Warum war das nicht Sola? Oder war Sola nur an der Stelle... Ähm... in der Form von Aprilis unterwegs? Erklärtest du vielleicht auch den Raum? Ja. Das erklärte, was die Kurse ist. Ich hatte keine Ahnung. Warum wurden wir adoptiert oder verabschieden in den Orphanagen, dann? War das alles für alle unsere Vorabschiede? Mhm. Nein. Zola und ich selbst die Homunculi haben. Aber 15 Jahre später, Zola verabschiede. Seine Vorabschiede wurden verabschiedet. Und alle waren viel zu jung, um zu kämpfen. Deswegen habe ich die Entscheidung, um die Grimwald-Knox einzubringen. Ich hatte keine andere Wahl, als zu verabschieden zu den Menschen von Balduk. Also, du warst alleine da? Also, was hat Zola gemacht? Kurz bevor er verlassen, sagte er, dass er eine Verabschiede in seiner Forschung herauskommt. Ich habe keine Gefahr, dass er jetzt im Magnum-Molkus ist. Und er arbeitet noch daran. Es gibt noch eine andere Sache, die nicht mehr erzeugt. Woher kamst du dich? Exakt. St. Rosevita wurde durch die Arme Britaille verabschiedet. Und er verbrannt hat. St. Rosevita. Warte, was? Halt. Ist die Rosevita, die verbrennt wurde, auch ein Humonglos gewesen? Also, erzähl mir doch, wie in der Hölle du gegründet hast. Credo ist richtig. Unsere Körper wurden gegründet. Papa kann mehr als nur Objekte und Blut. Er kann auch menschliche Säulen fabrikieren. Ich erinnere mich, dass er das gesagt hat. Meine Säule war der erste Prototyp, den er erfolgreich fabrikiert hat. Genau das habe ich mir gedacht. Das Alemonon-Replikat ist von... Aber nur die Seele. Und dann hat er an der Stelle festgestellt, oh ich kann die Seele tatsächlich replizieren. Okay, dann versuche ich das Ganze nochmal mit dem Körper. Warum würde er das tun? Als Test. Einfach nur als Test, um seine Fähigkeiten auszuprobieren. Fabrikieren eine Säule war nur der erste Schritt. Er brauchte die Säule in etwas, das ich liebte, um mehr über meine Vergangenheit zu lernen. Von den Erinnerungen, die er von Anemona gelernt hat, und ein Loch von meinen Haaren, wurde ich gegründet. Ach du Schande. Was? Eine Haarlocke, die er gefunden hatte. Jetzt sagst du uns, dass er Leute aus nichts zu kreieren kann, sondern Erinnerungen und Haare. Hahaha. Alchemie, Baby. Alter ist das scary. Alchemie ist scary. Aber warum ist Adol da reingezogen worden? Der war noch ein Zufallsproblem, glaube ich, in dem Moment. Sie haben etwas zu tun mit Zola's magnum Opus. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Aber Zola hat einen tiefen Willen für Adol's kopierende Erfahrung als Erinnerer. Können wir es möglich sein, dass die strange Monster und Primordialen, die wir in der Präsenin in der Präsenin, sind die Erinnerung auf Adol's pasten Erinnerungen? Ha. Ha. Würde mich nicht wundern, tatsächlich. Wow, danke. Haha. Toll. Ich wusste, dass das so war. Und wenn Adol so sagt, dann muss es sein. Ich bin überrascht. Überrascht über was? Ist es nicht alles, was wir tun können, um Zola zu stoppen? Es gibt viele Dinge, die ich ihm fragen muss. Aber niemand weiß, wo er ist. Es gibt auch ein bestimmtes Event, das jetzt passiert. Und was ist das? Balduk wird bald sein Victory Day Festival für die 100 Jahre Krieg. Oh, ein ganz guter Tag für seinen, um den Plan nur umzusetzen, ha? Ja. Ja. Ich glaube, wir waren zu viel, um zu erinnern. Aber was muss das Festival mit allem tun? Ja. Jetzt wo er sein kurzes Ziel ist, wird er das natürlich ausnutzen, das Festival. Ja. 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 schon irgendwo und was ich mich auch noch frage wo passten parks hier in die ganze geschichte ein warum weißt du so viel die fragt mich ob die außenwelt weiß dass schade laut nicht mehr existiert mittlerweile die 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 von mir getroffen haben i looked into the man named marius who informed me about yeah it was i was very pleased to learn that he was indeed the friend i have been searching for good for you parks above where is marius where is yeah so add on the prison right unfortunately our current situation concern and curdles me from going to see him this so then it is of great importance that our objective is successful i would never do some place of churros's leave without repaying my debt however i wouldn't miss witnessing you all saved the city for the world don't care scary like that well we still haven't heard from a place yet why don't you all enjoy a stroll around the city a little break could have couldn't hurt hmm like it's filling up again you could kill two birds with one stone and get some requests out of the way too i don't let's get a quicker and get going already stay debiting that for the board well an urgent request came in it's on the bulletin board have a look before you go all right also someone joined the crew while you were out why don't you say hello oh god i have been consolidated ah oh oh it comes on events on me out of soon axavier is the now you know the truth behind the monsters in the knocks it's all about time we've been chasing shadows for longer than i care to admit because we'll find out today what souls been skimming all this time that and while my dad left speaking of which there is one request i think we'll shed some light on that i see calundrum is tonight's grimwald is not finished it once before but long not long after i gained a soul had i not leveraged the full extent of my gift during that knocks i would not have prevailed though we have yet to hear from us vitas let us steal our efforts hmm yo xavier well met rusty so this is your secret fortification huh why didn't you tell me about this place before thanks for passing me out of prison by the way i wouldn't be here if you hadn't glad you're safe i'm glad you are too i heard about what happened what i read a self-same rusty if you're then i've got no qualms about working together with you there's this little manner of my personal mission i need to carry out maybe i'll tell you all about it one day fairly well rusty again you are like xavier now assist you in the grimoire knox was hat's mit dem burschen auf sich immer noch so ne mega fragezeichen der kleine while we found confidence resembles a rule but capable of human speech assisted the real at all in prison because it was a king's pack because he still was fused into his and i made a pact with him in the depths of his conscience and everything his powers our comrades and arms that's mean i'm late to the party but better late than ever now that i'm here we can get this show on the road oh kleiner was soll der großartig machen eigentlich ehrlich gesagt wenn wir mal ganz ehrlich sind puh ich kann jetzt auch mit allen events machen wie es aussieht mal die shops checken the new rubric you've got me there okay richtig wir können noch nen sacramento machen was haben wir denn hier boost god charges faster noch faster krass what do you think i'm pretty proud oh i'll not come back any time so gift god charges faster und dann haben wir boost god charges fast wow okay oh trying to give me an allowance today told me to go explore the town with arty on my break i know a person might get in touch with you at any moment at all but i'd be crazy fun if you go to the chance of walking the stalls with us at all oh come back any time so Ich mag einfach nur den Kleinen. Ich finde Maxime als Charakter sehr interessant. Awww, hängen wir mal mit der Kleinen ab. Awww, die macht sich wirklich Sorgen um uns. Awww, die hat auch Träume. Süß von hier. Ja. 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 Das ist süß, das ist süß. So, put on with him, boy. Now then, I think introductions are in order. How are you feeling, Monsieur Riel-Adol? Feeling fine, thanks. Oh, I'm very glad. Now, what you get are all the monsters here. There's something I wish to tell you all. Okay. What did you want to tell us? Oh, that's all is very mysterious. I've only found the character in the next one. And now there's a little story bombing, or what? If it's something stupid, I'm going to have some fried Salamander tonight. No, 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 no. Why don't we all bomb you? The matter I wish you'd discuss is the oath I made to all of you. Oath? I don't recall you making a promise to us. He must be talking about the past. Ah, the originale. A promise he made to us during the 100 years war, perhaps. Anemona, mon ami, that is exactly right. You see, I am a spirit set here by the King of God, Kremia himself. I was once like you. I fought against the King of God, not alongside spirits and demigods. But regrettably, after the High Ogonif Church took over, people no longer believe in spirits. Ah, that's right. It's so sad. But I am the only one left, because the fish only liked me very much. It's too bad that the decline of the norse religion caused the spirits to disappear. And then you humans make the homopuli to replace us. And I thought to myself, who do these humans think they are, to take the jobs of the spirits? Ah, that's right. No, generation after generation. I watched as you die, over and over. Wow, he had that all with me, like our ancestors, so to say, who died. Oh, sir, you see, the sun blows herself over time. I got sick of you. So, I revealed myself and made an oath to all of you. I vowed to watch over you with what power I had left, as long as you kept fighting. You mean you've been keeping that promise for 500 years? Keeping a promise for so long is truly a sign of dedication. Hmm. I still can't believe I'm talking to a giant newt. But you're not a bad guy after all. Um, thank you, sir, Maria. On behalf of all the homunculi that came before us, too. Oh, the honor is all mine. And thus, I only wish I could do more. I used to be very worried about you all. But now, I am not so worried. I do not mean you as Monculi. I mean you as people living real lives. That's a good idea. That's a good idea. Yeah, that's a good idea. Yeah, I think you are just a good idea. I have something for you that I kept safe for the original heroes. Hm, Thank you very much. How are you doing this for the hundred years war? Oh, Mary, I am sure you have a good use. All I ask for today is that you show me your beautiful places to model as well as well. Ah, das fühlt sich echt wie viele andere Chapters an, mittlerweile. Also ich mag ihn auf jeden Fall. Ähm, ich werde mir auch mal gleich anschauen, was er uns hier gegeben hat. Hier, da. Genau, wir haben einmal das World-Electaxi gefunden und das haben wir jetzt gerade von ihm bekommen. Sehr gut. Ähm, ja, gehen wir mal weiter. Nächsten Leute ansprechen, nächsten, den Neuen kennenlernen. Wenn der neue Marius ist, Alter, ich schwöre dann direkt euch. Ah, da sind die Kids. Und es gibt natürlich neue Waffen. Alle sind die teuer, mittlerweile. Alle sind die mittlerweile teuer. Okay, eine Rüstung gibt's auch, die ein bisschen besser. Oh, die ist aber gut besser, tatsächlich. Krass. Alter, brauche ich jetzt viel Kohle, ey. Scheiße. Okay. So, ich habe mir an der Stelle überlegt, dass ich auch mal andere Charaktere benutze. Deshalb würde ich mal tatsächlich hergehen und eine Mono mal ausstatten. Wir haben alle die gleiche Fahrtgebung, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Oh. Ja, gut. Haha, süß. Ja, das hat sie jetzt gerade abgeholt, das Ding, krass. Ja, we haven't heard from the police yet, I'm worried about limeries, but I'm going to stay strong for them, no matter what it's thrown at me. Smash through everything they get. Schön. 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 Hm. Ah, da gibt's ja tatsächlich wie's aussieht um Story für die Charaktere. Hm. Oh, mittlerweile kann ich ja wirklich alles verbessern. Fehlt wahrscheinlich bei manchen Sachen ein bisschen das Material, das Soul Spark geht mir gerade aus, okay. Okay. Kann man nochmal ein paar Soul Spark von äh, unseren kleinen Salamander-Kollegen. Ah, wir haben aber nicht mal so viel Geld. Mal so 6 Stück. Okay, also ich seh tatsächlich auch, dass ich an der Stelle ein bisschen formen muss, bevor wir anfangen mit der finalen Folge. Soul Spar? Hab ich doch gerade gekauft. Warte mal. Oder etwas, was so ähnlich aussieht. Ah, ich hab's Crimson Spar gekauft. Ist ja was relativ ähnliches. Na ja, gut. Aber für jedes von den Dingern war ich da tatsächlich ganz schön Kohle. Also lassen wir das jetzt erstmal weg. Hey, Iris. His name is Maxim, right? Do not trust him. He is clearly up to no good. Oh, Iris, wenn du no vistas. So, he does remind me of a man who raised me, except less gree-geezer-y. I did try asking him, but he responded with nothing more than silence. Nerf, mark my words, I will find out who he is one day. Wow. Hm. 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 Oh, Adol! What? What a busk. Doge or Maxime will be up to it then. You're more restless than usual, aren't you? Could the victory day festival have anything to do with it? Hmm. If it wasn't for this curse, you can bet we'd be dueling right now. Maybe I'll try Doge or Maxime, or a customer might carry me over. Since Mio has created a bit strange as of late, I didn't take him for one who would accept enthusiasm for festivals. Äh, that's the first festival, actually. Okay, then we have a bulletin board, anscheinend a wichtige quest. His father's son, Pamela. Oh, actually a story with things. Oh, shit. Anonymous. I'd like for you to dispose of the legacy Master Charlotte has left behind. Ask Shantae for details. Das ist eine Mission von Marius. Oh, dearly, y'all. Oh, dearly, y'all. Oh, yeah, we could go. 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 Let's see. A while ago, I spotted someone in town who looked just like my missing husband. Could I ask someone to find them for me? I just can't stop thinking about it. If you're interested, please stop by the Noah residence in the noble district. Aha. Okay. Tatsächlich kann schon was los hier, ne? Oh, the streets are getting pretty busy. Surely before busier once the night market opens up. If this wasn't happening, then we could enjoy ourselves. Peter Robin Garrison is keeping watch over the city. Adopt the Knights will pull anything big while the soldiers are in command. Well, it is what it is, given all that's occurred. Never guessed the ultimate Grimwald Knaps wasn't on its way looking at all of this. Yeah, you said it. We mustn't let our guard down. Stay mindful of the limeries. Huh. We mustn't let our guard down. 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 Ah, Victory Day platter, huh. Okay, aber hier ist es nicht usual, business as usual. Oh, und es kommt außerdem Roter Mond, Grimond Nox, also das Ganze kommt also tatsächlich. So, ich fängs mal ein bisschen die Gruppe, ein bisschen Gruppe durchwechseln tatsächlich, weil ich finde doch die Charaktere sehr interessant. I'm so glad this day's finally come. Knights revolt forded by mystery Monstrums. Knights have to take care of the Monstrums that are in everyday show, right? So they sabotaged the revolt by luring the Knights out. Must be why they didn't stand up to Rome and the Governors Generals. Klar. Hm, fragen wir, ob es irgendeine neue gibt. Und, nee, tatsächlich... Oh, the jailbreaker. Und dann können sie dann wonder how the sins were directed if they knew the two were one and the same. Nicht einmal diesen Dialog mussten sie ändern und das stimmt immer noch. Wahnsinn. Verdammt. Ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass hier ein bisschen die anderen Charaktere ausspielen an der Stelle. Und jetzt sind da tatsächlich wieder Soldaten. Ähm, Kollege? Okay. Unhöflich sowas. Tatsächlich wieder Militär hier unterwegs. Oh, das Schöne ist, die bekommen jetzt hier Schöne, die bekommen an der Stelle hier Mal ein bisschen mehr, wie soll ich sagen So, jetzt ist die Frage, was machen wir noch alles in der Folge, weil so viel Zeit haben wir tatsächlich nicht mehr Ich könnte bis zu tief in die Nacht, könnte ich weiterzocken, aber Streamtechnisch bin ich dann doch ein bisschen ausgelagert mittlerweile Außerdem muss ich noch was vorbereiten für morgen Morgen Abend haben wir ein neues Format für unseren Kanal Er wird auch hoffentlich der Rikus dabei sein Wir werden noch mal später in Rikus mal fragen, ob er wirklich tatsächlich dabei ist Und ja, das waren wir dann in der ersten Stunde um 19 Uhr Ich hoffe, da schauen viele Leute zu Und ja Und dann geht es um 20 Uhr mit Rockweep, glaube ich, weiter So zumindest mein Stand So, wir haben wieder ein Crimson Spa Also zwischen Solar Spa und Crimson Spa habe ich mich mal kurz verwirrt, aber ja, mein Gott Das ist halt so Ich habe mal ein bisschen was verbraucht Kann ich zoomen? Ah ja, tatsache Und dann mal hier Jetzt war das Sun Okay, das ist an der Stelle Hauptstory Dann noch ein Landmark, den ich gesehen habe Irgendwo muss es aber noch eine Quest geben Da sind noch ein paar Landmarks, die ich noch nicht mal erkunden konnte bis jetzt Also Wundert mich tatsächlich, dass wir die noch nicht machen konnten Geht tatsächlich mal darüber Mich wundert das übrigens aus dem letzten Mal, dass wir hier die Gegend nicht freischalten konnten Ich frage mich an der Stelle immer noch Was dann eigentlich wieder Anemona ist, sobald wir das Ganze hier geschafft haben sollten Dann merke ich auch nochmal, dadurch, dass der Damage so extrem niedrig ist Merke ich nochmal an der Stelle, wie wenig ich eigentlich als Anemona gespielt habe Also das werde ich echt mal ein bisschen machen müssen Weil die Fähigkeiten von hier sind alle noch unverbessert Sie hat teilweise noch Ausrüstung, die noch verhaltet ist und so weiter Also es ist Ich habe ein bisschen was zu tun auf Screen Von dem her bis zum nächsten großen Stream Monstrum Nox für den Abschluss der Story Wird es noch ein bisschen dauern Also ich hoffe natürlich nicht zu lange Aber ich werde mir Mühe geben, dass ich das zeitnah mache Weil tatsächlich ein bisschen nebenbei noch was vorzubereiten Aber im Osten soll doch tatsächlich eine sein Dann gucken wir nochmal Quests Was haben wir denn alles hier Final Dispossession Wir gehen natürlich erstmal auf die Restoration Und dann gehen wir schließend zu Noah Aber das ist jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr so schlecht hier, dass wir hier als Anemona Reinkommen in den Laden Okay, aber hier bin ich aus dem Rahmen Die D Compotenzule Bitte sehr viel Man geht es Okay, dann geht es Okay, dann geht es Okay, dann geht es Okay, dann geht es Oh, ich bin jetzt Okay, ich bin jetzt Okay, dann geht es Okay, dann geht es Ah, okay, und hier sollten die quasi reparieren, verstehe. Na gut, Materialien besorgen wir an der Stelle, if this is to honoris you, then this is my responsibility as well. Schön. Perhaps we could assume the task of procuring dear Materials, mhm, let's get the Materials. White Ribbons to decorate away with, the tailoring the main square should carry them, that main square sounds easy enough, and the other is memorial flowers, they can be found growing all over Badouk. However, it's tradition to decorate the ribs with the most beautiful snowy white flowers. At this time of the year such flowers bloom on the Sile Canyon Trail, because sun shines blooms pure white flowers that glimmer like snow, it's a very rare trade, even for the species. Ach, den Bereich haben wir gefunden. Da waren wir ja schon. Und so go flower picking, so let's see you this, okay, also erstmal zum Main Square. Always a pleasure to see you, buy what you like, oh safe for Ana Mona of course. Come again anytime, welcome, welcome, thank you for stopping by. Hm, extra explizit für Ana Mona hier. Konzentration. Die realisieren natürlich auch noch nicht, dass sie an der Stelle nicht die Puppe ist. So, erstmal natürlich hier das obligatorische Bad mal nehmen. 10 HP für jeden extra, ganz wichtig, wissen wir ja. Ich verstehe immer noch nicht, warum das nur 10 und nicht 100 sind oder sowas. Mit 100 kannst du tatsächlich was anfangen, das sind dann von mir aus 8 Kapitel. So 800 XP, äh, 800 HP für jeden. Ist doch nicht schlecht eigentlich an der Stelle. Okay. So, dann gehen wir mal Main Square. Da ich ein bisschen lauffaul bin, gehen wir doch mal hier einfach mal. Okay, das ging recht schnell. Okay. Okay. I'm not going to die. Okay. You're not coming up. Zola running around. There is definitely a feeling of dread in the air. I better fix up this reef and I'm going to start diving out all the way. Okay, wir haben diesen Ort eigentlich schon gefunden, das kann an der Stelle entweder nur das oben sein, beziehungsweise das müsste eigentlich dieser, ah ne, das ist dort, ah, dann gehen wir einfach von dort aus wieder zurück. Ich muss schon sagen, von den Charakteren, die wir so getroffen haben, finde ich an dem Monat auch sehr interessant. Ah! Ja, das ist ein Bremen. Ja, das ist ein Lecker. Liking meets its optimal growing condition in terms of climate and terrain. So, dann haben wir die Blumen und dann haben wir die Schleife, ja, okay. Hier nochmal zurück. Ich werde auf jeden Fall aufs Screener das verformen müssen an der Stelle. Es geht das Geld aus und es geht alles mögliche aus. Wir brauchen Ausrüstung für alle, wir brauchen Verbesserung für alle, also es ist schon ein bisschen was zu tun. Und jetzt haben die einen Kranz vorbereitet, Pyros Vita und ihre gefallenen Kameraden. Also, knowing Aprilis gives all of this a bit of a funny feeling, ja. Same time, in a sense of accomplishment as well. Ich würde sagen, dass ich wiederholfen, hm? Schön. Oh, ich dachte eigentlich, direkt die Quest vorbei, aber nein, wir haben sogar noch ein Unterhaltung mit denen. Und das be going back in the shop now. So, we do have our little side project to be completing. Now then, I hope all of you enjoy Victory's Day for the Spistivities. Hmm, neben Projekt. Beaks my interest. A consideration, it didn't mention having a few materials for the reefs left over. Well, it couldn't hurt to go in the Sneaker Peak ride. Good job, well done. Pierce Crown. Ach, das war quasi, dass man Strength Plus hat. Aber dann halt eben dieses Pierce-Effekt stattdessen. Ha, was sollen die denn vor? Oh, Roderio, that one simply won't do. I think girls these days prefer Frills like this one has. Oh, for crying out loud, Melissa. You don't like any of the ones I pick. Maybe this would be easier, if you just picked it yourself. Ha. Vorbreiten Sie für die Puppe Anemona an der stillen Kleid, oder was? I do have my opinions, but I could never decide all on my own. Und tatsächlich hier neue Kleider machen, süß. Das ist süß. Das ist echt süß. Das ist nächstbeste zur Familie, was sie kennt, Anemona. Hm. Is everything okay, Anemona? Uh, yes. I was just thinking about Melissa and Roderio's conversation. It reminded me of something. Of something from your past? Yes. A memory from many years ago. Of a time I spent with Rospita. With Aprilis. Hm. What do you think, Anemona? What do I think? You wish to know, if that dress is defective? No, silly. It's a new outfit for you to wear. It took me a long time to make these. It's a present for me to you. A present? Then shall I give you something in return? You don't need to give me anything. I just want us to be friends, Anemona. Stimmt mir, aber jetzt gerade ganz auf die Frage, ob sie schon damals als Puppe gelebt hat, weil das hier mit, äh, dass sie es hier gegenseitig verstehen und unterhalten können. Ah, das ist doch tatsächlich nach... Warte, jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Ist das vor oder nachdem mal Aprilis losgegangen ist? Egal. Das ist nicht, was ich meine. Warum? Wie kannst du das tun? Your doll was getting old. I merely attempted to give her a new body. However, I did not expect her soul to reject it and disappear. But you didn't have to throw her away. Hm? What is the reason for this outburst? You don't know anything! It's had Anemona since I was little. You were my only friend! Hm. I can't believe my eyes. I thought you were gone forever. And here you are. I want so badly to take you with me. But you have your own life now. Oh shit. Oh shit, die hat sie tatsächlich hier... Die war einfach mal im Laden und hat gesehen, wie sie da einfach da sitzt. Und ich kann nicht riskieren, dich wieder zu verlieren. Goodbye, Anemona. Bis zum nächsten Mal. Ohhhh. Sie hat dich nicht genommen, weil sie sich über dich gefroert hat. Es klingt, Aprilis war eigentlich eine ziemlich normale Mädchen. Ohhhh, jetzt kriege ich auch Tränen in die Augen, das ist ja süß. Das ist ja süß. Anemona? Du schreitst. Hm? Oh. So es scheint, dass Dahls auch schreit können. Anemona? So was du hattest, war es Aprilis all along? Hm. Vielleicht. Aber nur in der Anfang. Jetzt möchte ich einen Weg finden, um zu Ende Grimwald Nox für immer wieder zu Ende Grimwald. Aprilis war so lange so lange. Aber jetzt kann ich etwas tun, um sie zu helfen. Ich will nicht, dass sie wieder zu sein fühlen. Ja. Vielen Dank, Adol. Also, was ihr denkt, was dieser Zola-Zolle? From what I know, von ihm ist er nichtpredigend. Und sein Magnum Opus ist jederzeit's guess. So, damit haben wir eine von den Quests mal fertig. Jetzt gucke ich tatsächlich mal auf die Uhr und ich gucke mal einen kurzen Blick auf mein Aufnahmeprogramm auf OBS. Moment mal. Was sagt denn die aktuelle Aufnahme? Wie lange haben wir denn hier schon? Ja, eine Stunde oder sieben. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen mal Schluss für diese Aufnahme. Ich würde auch mal ein klein bisschen farmen gehen, offscreen. Ich hoffe, euch alle dann wieder zu sehen, beim großen Finale, beim großen letzten Session zu Monstrum Nox. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, bin sehr gespannt, was jetzt noch passieren wird. Wir haben noch zwei Quests, meine ich, an der Stelle, wo wir nochmal hin müssen. Einmal hier bei der No Residence, da fahren wir wohl mehr über Jules und ihren Vater. Jules und seinen Vater. Und Final Disposition. Dispossession. Da fahren wir wohl mehr über Shuttle Art. Verbindung mit Marius. Also es wird auch entsprechend sehr wichtig. Bin gespannt, was wir so erfahren werden. Und ich werde natürlich währenddessen noch mal hier und da mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Ich brauche Geld. Und da ist tatsächlich eine Grimwald, die ich noch machen kann. Alles klar. In dem Sinne, ja, habe ich ein bisschen was zu tun. Und wir sehen uns dann alle beim nächsten Mal in aller Frische. Ich werde währenddessen erstmal mit den drei hier erstmal ein bisschen weiterspielen. Dass wir auch mal die Gruppe mal vorwärts kriegen und Waffen ausstatten, Waffen verbessern etc. Also ein bisschen was zu tun habe ich. In dem Sinne, hau uns rein. Ciao, ciao.